Typ C, Typ C, das nennen wir mal mit. Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, heute gibt es zwei Dinge zu tun. Zum einen sind meine neuen Halter fürs Auto für die Kamera mit der Post gerade gekommen. Die will ich jetzt mal montieren. Und zum anderen muss ich mir noch ein Kabel besorgen. Dafür fahren wir in den Norden von Frankfurt. Wenn ihr Spaß dran habt, nehme ich euch gerne mit. Also, wir fangen mal mit den Haltern an. Wir fangen an mit Halter Nummer 1. Das ist eine Klemme. Aber es gibt eben eine Lösung. Die Klemme kommt hier oben dran an den Halter. Ja, da starte ich mal hier die zweite Kamera. Okay, wir können auch da hingucken. Wir können da hingucken. Okay, dann nehmen wir mal den zweiten Halter. Der ist der Saugnapfhalter. Der hat einen Saugnapf. Den stecken wir einfach an die Scheibe vorne. Ich bringe erstmal den Saugnapf an. Also, wir haben jetzt zwei Halter montiert. Einmal hier den Saugnapfhalter. Und wir haben oben die Kamera montiert. Und wir machen jetzt folgendes, dass wir, so wie wir das besprochen hatten, jetzt in das Trubestzentrum fahren. Ja, ich lasse mal beide Kameras laufen. Das Erste, was jetzt anspringt, ist erstmal die obere Kamera. Wir haben ja noch eine Kamera, die die Straße verfolgt. Die Tolle an der Kamera ist da, die ja eine Gesichtserkennung hat. Folgt die mir jetzt. Die Distanz gut zur Kamera. Der Vorteil ist, man hat jetzt hier die Hände frei. Man kann beide Kameras benutzen. Man hat eine Kamera, mit der man sprechen kann. Wir sehen jetzt auch die Bilder von beiden Kameras. Parallel, ich blinde das hier mal ein. Ich denke, dass es also jetzt die Kamera hier oben hängt. Ich habe hier mein Vordergrund. Ich kann das aber auch drehen. Jetzt ist mein Bild hier oben. Und die Fahrszene ist im Hauptbild. So, das heißt, erste Projektstufe haben wir erreicht. So, jetzt zur zweiten Brücke. Wir fahren jetzt in den Nord. Ich möchte gerne Frankfurt als Time-Labs aufnehmen. Und dazu brauche ich ein Kabel. So, kommt dann. Hier kommt es unten. Oben war der Eingang für die Gewisskabel. So, hier sind wir in den Nord-West-Zentrum. Und was wir jetzt brauchen, ist erstmal ein Elektronikladen. Ja, hier haben wir doch schon mal einen Elektronikladen. Da gehen wir jetzt mal gucken. So, schauen wir uns da mal hier um. Oh, guck mal. Wir haben hier halt. Ja, das war ja hier ein super Shop. Wie heißt der? Tip Shop Mobile. Kauft auch die Handys. Hat jetzt zwar kein Kabel für mich, aber war sehr nett. So, hinter mir ist er. Mediamarkt. Ich hoffe, dass wir da ein Kabel bekommen. Wenigstens mal ein richtiger Fernseher. 1,89 Meter Diagonale. Also, wenn Fernseher, dann den Fernseher. Das zweite Geschoss. Im zweiten Geschoss ist die Computerabteilung. Wir haben da lauter Telefonkabel. Aber braucht kein Mensch. Wir brauchen USB-Kabel. Typ C, Typ C. Das nehmen wir mal mit. Die Kabel gibt es direkt an der Kasse. Also, wir hätten gar nicht so weit gehen müssen. Das nächste Mal habe ich mal Bescheid. Jetzt habe ich doch noch was gesehen. Da müssen wir hin. Fletcher's Better Burger. So, was nehmen wir denn da Schönes? Ich denke, wir nehmen immer noch einen Cola. Das war mal richtig klasse. Fletcher's Better Burger. Daumen hoch. Schön, dass ihr dabei wart. Vergesst nicht den Like-Button zu drücken und zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Wenn's wieder heißt, wie komme ich an den Parkschein? San buffalo-Beregel. Sherai. оно wie Serien würde es ihr traft sein. Loser sie